Na ihr Grattler, der Theophan ist am Start. Willkommen zur letzten Folge Wii Sports. Wir machen das Wii Fitness Alter. So, was war das nochmal? Ich glaube das waren drei verschiedene... Okay, stelle Tempokraft und Ausdauer auf die Probe und bestimme deinen Wii Fitness Alter. Trainiere jeden Tag, um dich zu verbessern. Ja, komm. Dann machen wir mal. Non-stop schlagen. Spiel den Bein die gegnerische Hälfte zurück. Okay. Ja. Äh, wie soll ich sagen? Da bin ich ja nicht so gut drin in dieser Disziplin. Achso, aber es sind 50 Stück fest. Ja. Okay, also wenn das jetzt wirklich eine feste Anzahl an Wellen ist, dann kann ich damit leben. Zumal ich jetzt gerade mal eigentlich nur zwei verkackt habe. Habe ich so den Eindruck. Okay, aber jetzt geht es weiter nach vorne. Ah, zack. Na, der war aus. Drei verkackt. Vier verkackt. Und das war der fünfte. Jetzt wird es peinlich. Also 40 wäre ein, äh, ein gutes Ergebnis. Hier, denke ich mal. Zack. Okay, das war der sechste Verschissene. Noch 25. Noch 20 Bälle. Und zack. Und bumm. Und bumsfallerad. Dodge. Und zack. Und äh, siebter verkackt. Vier verkackt. Achter. Acht verkackt. Okay, ich bin gut. Oh, es könnten dann 42 unterm Strich sein. Sechs. Oh, okay. Es könnten nur noch 41 werden. Das wäre auch zu schön, wenn es 42 gewesen wären. Oh, es sind keine 40 geworden. Nicht einmal das. Schade. Okay, Ende. Aber ich denke, ich habe mich doch gut geschlagen. Home Runs. Schlage den Ball aus dem Stadion. Alles klar. Na dann, komm mal her, du. Komm her, du. Zehn Bälle, na? Okay. Nummer 1. Das wird auf jeden Fall einer, denke ich. Home Run. 111 Meter nur. Schade. Oh, der wird auf jeden Fall besser. Das könnte wieder so ein 160er-Kandidat sein. 160 Meter. Das ist aber auch. Also auf jeden Fall schon mal besser als im Dings bis jetzt, habe ich so den Eindruck, ne? Als im Training bisher. Wow. 175. Oh, ich glaube, das ist... Ach, der ist im... Das ist ein Foul-Ding. Schade. Ähm, ja. Ich weiß nicht. 180 ist, glaube ich, das weiteste, was geht. Da muss man halt wirklich direkt mittig treffen. Und die Anzeigetafel zerstören. Und das war ein Foul-Ball, der seinesgleichen suchte. Da hinten irgendwo. So. Das war noch einer. Komm, einer davon muss jetzt noch mal... Ach, das war zu früh. Okay. Das ist auf jeden Fall wieder einer. Homerun, sag ich doch. Huh. So, und nur noch die letzte Aufgabe. Spares. Räume die Pinsen mit einem einzigen Wurf ab. Mit einer Drehung aus dem Handgelenk erzeugst du drei. Schade. Ich wollte... ... eigentlich, ähm, Dingenskirchen. Doch lieber hier das mit den Strikes. Aber hey. Dann halt Spares, ne? So, zack. Geht. So, ich muss eigentlich mal schauen, was sagt denn da die Uhr? Okay. Ne, weil ich muss noch schauen. Es ist vormittags. Und, äh, ja. Nur so zur Info. Ich habe jetzt wirklich Wii Sports an einem Stück durchgespielt für euch. Es sind ja eh nur... ... sechs Parts eigentlich. Aber trotzdem. Ja, ich hoffe, es hat euch soweit mal gefallen, würde ich sagen. Äh, auch wenn es gerade beim Golfen... ... nicht gerade lustig zuging teilweise. Eigentlich, äh, gab es bei allem doch irgendwas zu lachen. Aber hey. Da muss... Da klaue ich mir jetzt das Domtendo... ...Motto zwischen Skill und Fail. Na? Gut. Aber irgendwie bis jetzt bei den Spares bin ich auf jeden Fall weiter als im Training gekommen. Ich glaube, beim Training hatte ich nur vier, oder? Und jetzt bin ich bei sieben. Oh, das wird ein interessantes Bandler. Zack! Und rums! Wupp, 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 wupp! Ich freue mich schon drauf! Wie viele Bahnen gibt es hier eigentlich? Weil jetzt sieht es so, als ob diese Bowlinghalle endlos lang wäre. Ah, zack. Aber ich weiß nicht, so 30 oder 40? 30 bis 50, irgendwas wird es sein. Oder 30 oder 50. Und die Pins wollen wieder zu mir. Oh, ihr habt ihr mich vermisst? Ich euch nicht. Also haltet einfach alle eure Fresse. Äh, schade. Und zack. Und peng. Schade. Nur zehn Stück. Aber hey. Besser als im Training. So. Das Ergebnis. Wie alt bin ich? Wie alt bin ich? Laut wie viel denn es? 31? Zehn Jahre älter, als ich noch aktuell im Stand bin. Okay? Na gut. Äh, es. Was soll ich sagen? Ich bin auch nicht der Sportlichste. Und es ist ja eigentlich nur ein Videospiel, wo wir uns dann alle nochmal drüber Gedanken machen sollten. Und es nicht zu ernst nehmen sollten. In diesem Sinne bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, wisst ihr, was ihr zu tun habt. Und ich sage, bis zum nächsten Mal bei Super Paper Mario dann. Und dann aber wirklich. Versprochen. Also, schön gemacht. Das war's. Morgens nichts mehr. Tschau.